Leute, wir sind wieder zusammen unterwegs, wie in alten Zeiten. Julian passt sich so langsam der Gesellschaft wieder an. Deswegen sind wir heute wieder zusammen unterwegs. Meine Kamera ist dabei. Julian, willst du dich einmal vorstellen? Jo Leute, mein Name ist Julian Ziedler und einen Spaß. Wir gehen jetzt gerade Lilly abholen von der Schule. Und dann gehen wir geil was essen. Julian muss wieder unter Leute. Und wieder anfangen, richtig das Leben zu genießen. Auch ohne Ayahuasca. Also Ron wollte mich einfach abholen, um was essen zu gehen. Jetzt bin ich aber mit Lilly abholen dran. Ron ist so nett mitzukommen, den Fahrdienst zu leisten. Richtig, der Fahrrad des Vertrauens, oder? Ja, der Fahrrad des Vertrauens. Ey, oder ist hier unbegrenzt? Mit Ron zu fahren ist wie mit dem Fahnenfänger zu fahren. Man ist die ganze Zeit nur immer vorne ballern. Julian holt Lilly ab. Und das Geile ist, ihr glaubt doch nicht selber, dass ich Bock habe, mit Julian Ziedler jetzt nach den ganzen Jahren hier noch rumzueiern auf diesem Kanal. Habt ihr mal gesehen, wie entertainend seine Tochter Lilly ist, die er gerade abholt. Sie wird der nächste Star. Julian hat aus mir einen Star gemacht, ich mache aus seiner Tochter einen Star. Und das ist die Mission. Äh, nee, nee, lass es da mal liegen. Wieso? Bro, du gehst nach hinten. Wieso gehe ich nach hinten? Hä? Lilly, du bist doch der Star, oder? Ja. Ja, sie sitzt vorne. Sitzt es sich bequem? Ja. Guck mal. So, jetzt geht's essen? Ja! Wo gehen wir denn essen, Lilly? In's Powell? In's Powell? Ja. Magst du den Lagen? Ja, ich gehe. Es gibt noch ganz viele coole anderen Läden. Essen wir eine Pizza? Essen wir so eine richtig gesunde Pizza? Nee, ey, Leute. Keine gesunde Pizza. Ja, aber nicht jetzt schon wieder Pizza und alles Mögliche, weil es in letzter Zeit auch ein bisschen viel. Sie ist mit mir unterwegs, natürlich kann sie die Pizza essen. Meine Fresse. Oder Burger. Oder Burger? Burger oder Pizza? Pizza, oder? Niesmal Burger. Ja, wollen wir Burger essen gehen? Ja! Gut, machen wir. Ich will jetzt eher ein bisschen gesund essen. Wie ein Burger essen? Papa? Ja? Warum sagst du das? Ich würde gerne ein bisschen was gesünderes essen. Nee, äh, gestern hast du... Du hast auch gesagt, ich soll was gesundes. Aber jetzt mal will ich mal entscheiden. Lilly, weißt du, wenn man mit YouTube ganz, ganz viel Geld verdient, kann man überall essen, wo man will. Das spielt dann Geld gar keine Rolle mehr. Okay. Und was heißt dann auch Plan? Klieb kochen. Ja. Kann man ein ganz gutes Getränk machen, was Papa auch getrunken hat, mit Libby und Mama. Es gibt auch so Sachen, die nennen sich so Koch-Streams, Lilly. Du bist dann da vor der Kamera und du kochst dann in deiner eigenen Kochshow. Nee, nee, nee. Warte mal. Sie hat ihre eigene Kochshow, kann machen, auf was sie Bock hat. Wir holen dir ein Happy Meal. Ja! Ja. Du nimmst ja nur gesundes, oder? Nee, ich hab ein Double Big Mac bestellt. Danke, Papa, vor eins! Also irgendwie aus meinem lecker zum Italiener einen schönen Salat essen, wurde jetzt zu McDonalds mit der Aussicht, ja? Lilly, wünsch dir mal Geld. Ich wünsche mir Geld. Geld ist da! Dann kann ich Tuckabucka noch viel mehr Häuser bestellen. Kennst du Tuckabucka? Nein, ich kenne... Was ist Tuckabucka? Tuckabucka ist ein Spiel, wo man Häuser anrichten kann. Einfach seine Säle machen. Tuckabucka! Tuckabucka zum Beispiel! Ein- oder zweimal die Woche komm ich jetzt mit deinem Papa dich abholen und dann holen wir uns immer neue Tuckabuckas. Oh yeah! Oh yeah! Was würdest du zu einem eigenen YouTube-Kanal sagen, Lilly? Hm? Wo du dann immer deine Tuckabuckas vorstellen kannst. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Von, dein Einfluss ist irgendwie... Und du sei leise! Ja? Ich freue mich sehr! Und du sollst leise sitzen! Die habe ich früher geliebt als Kind. Und deswegen bin ich so glücklich geworden, Lilly, weil meine Eltern mir auch immer alles gekauft haben, worauf ich Lust hatte. Und das Spielzeug. Ein Bär? Ich weiß nicht, was da drin ist. Nein! Geht egal. Jetzt habe ich diesen Bär. Das ist ein Bär? Ja! Dann schenkt ihr noch einen Lift? Nein, nein. Guck mal, Papa weint! Da weinst du! Wenn ich weine, fängt sie an zu lachen. Jedes Mal! Wo gibt es denn den Schleim für Lilly? Gibt es irgendwas in unserer Nähe, wo man Schleim kaufen kann? Vielleicht bei Spielvogeln? Spielvogeln ist so toll! Okay, wunderbar, dann wissen wir es. Ja, Lilly, wir können in Englisch sprechen. Natürlich. Warum bist du lachen? Mein Englisch ist wirklich gut. Ich hatte in meiner Schule, vorhin, Englisch-Advanced-Lehsons. Du hörst nicht so an wie ein Deutscher in der Englisch-Seite jetzt. Okay, wenn du das sagst, dann sprich in Englisch besser als ich. Was kannst du mit dem Singapur-Boom machen? Sag mal Cash in the Tash. Cash in the Tash. Ja. Du kannst gar nicht gut Englisch. Wirklich. Eine Schleimabteilung. Ach, so etwas gibt es ja immer, eine Schleimabteilung. Lilly, war die Ansage nicht ein Schleim? Nein, für mich drei Dinge jetzt. Jetzt weißt du vielleicht, wie ich mich fühle? Und dann nehme ich noch ein viertes. Kannst du auch noch ein fünftes und sechstes holen? Ich fühle mich gerade wieder wie zwölf. Und Papa, wollt ihr doch auch einen Papa? So was, so was habe ich Bock auf, so eine Gun. Wo sind denn diese Nerves? Danke, Papa Ron. Gerne. Ich freue mich gerade voll den Ast. Lilly, das war eine super Idee. Ich wollte die die ganze Zeit haben, ohne Scheiß. Guck mal. Ja, so schön. Boah. Gute sind Quetschen. Du bist so pervers. Degenbogenkacke von Einhorn. So, du willst also einen Song von mir hören? Ja. Wie sehr willst du ihn hören? Ja. Los geht's. Wie fandest du das, Lilly? Von einer Eins bis Zehn. Zehn ist das Beste. 9 zu 3. 9,3? So gut? Ja. Aber es war ein bisschen laut. Aber nicht so viele Wörter. Hat was mit dem Intelligenzquotienten von mir zu tun. Deswegen habe ich nicht so viele Wörter. Aber nicht schlimm. Warum hast du nur drei Lieder? Ich habe ein paar mehr Lieder. Aber die anderen Lieder sind noch nicht draußen. Deswegen kann ich dir die nicht zeigen. Ich habe leider nur das. Wie heißt die Lieder? Einer heißt sogar Big Mac. Und dann gibt es noch Schleimtastisch. Habe ich auch noch ein Lied. Wirklich? Ja, wirklich. Nice Schleim, Bro. Nice Schleim, Schleim, Bro. Nice Schleim, Bro, Bro. Nice Schleim, Bro, Bro. Nice Schleim, Bro, Bro. Nice Schleim, Bro, Schleim. Und dann gibt es noch hier den Peanut. Das ist für mich, das ist aber lieb. Das ist Papa. Und für wen ist das hier? Das ist für mich. Und das hier? Das ist Papa. Papa ist es. Das ist für Mama. Um Papa abzuschließen. Papa ist ein Kugel. Alle können das benutzen. Papa.